So, so, und zwar, privat Geigenkonzert. Richtig, mitten im Limbeckerplatz, wir sind ziemlich am Eingang. Sollen wir nicht gleich ein bisschen nach da, zwischen den Tannenbäumen? Ja, damit es auch ganz hässlich wirkt, wenn du jetzt Geige spielst. So, und zwar werde ich jetzt Geige spielen, und zwar mit keiner Geige, sondern mit meinem Becker. Okay, und? Was für eine wunderschöne Melodie! Selbstkomponiert? Ja. Und, das Geilste ist, ich kann dabei auch trinken. Sieht man das, meinst du? Ja. Ja, das sieht man. Ja. Ende! Ende, das war's, wir melden uns dann mal wieder zurück. Irgendwann. ka- Untertitelung des ZDF, 2020